Sogar mein Fraubus zum TÜ-Talus Ich lasse nirgendwo alles mehr TÜV mache, außer hier. Hallo, hallo, heute ist Freitag, mein Lieblingstag. Urlaubszeit, auch wenn es draußen nicht so aussieht, wir haben Sommer. Es regnet heute, aber die Sonne wird kommen. Wir haben heute etwas für euch vorbereitet, Urlaubscheck. Ihr fahrt mit meinem Auto in den Sommerurlaub. Was könnt ihr nachschauen am Auto, sodass ihr unterwegs keine Probleme habt. Folgende Punkte könnt ihr selbst checken vor der Urlaubsfahrt, um sicherzugehen, dass alles im Auto in Ordnung ist. Und zwar die Punkte Verbandkasten, Warndreieck und auch Vorschrift ist die Warnweste. Das ist unser Warnwestenmodel. Tim, was können die Freunde noch selbst am Auto prüfen? Den Reifenfülldruck, die Sichtprobe, ob sie beschädigt sind, Reifenalter und etc. Okay, also kann man hier auch draufstehen, gut? Ja, sehr gut. Dann haben wir die Flüssigkeiten am Fahrzeug, im Motorraum. Im Motorraum, welche Flüssigkeiten? Was sind das für Flüssigkeiten? Öl, Spritzwasser für die Scheibe, Kühlerflüssigkeit. Dann haben wir... Beleuchtung, ganz wichtig, wenn man nachts losfährt, die Beleuchtungsanlage, das mit einem Kumpel oder so, einfach mal durchcheck, ob alles funktioniert. Dann im Motorraum noch, ob er Geräusche macht, Antriebsriemen, Zahnriemen, irgendwelche, keine Ahnung. Wenn du keine Ahnung hast, wer soll sie dann haben? Du bist doch hier der Kfz-Chef. Okay, und dann haben wir, wenn wir das Fahrzeug nochmal anheben würden, wir bieten natürlich auch einen Urlaubscheck an. Können Sie gerne vorbeikommen oder ihr. Und dann müssten wir das Fahrzeug nochmal anheben. Da geht es dann um Fahrwerksteile, Bremsanlage und natürlich auch eine Probefahrt. Die macht der Kunde jeden Tag, oder? Ja, wir sind wahrscheinlich eher die Profis mit dem Popometer. Oh, wir sind die Sicherheitsexperten. Jawohl. Ihr lieben Freunde, ein kleiner Spaß beiseite. Was wir eben so ein bisschen locker aufgezogen haben, ist natürlich ernst. Bevor ihr losfahrt in den Urlaub, checkt einige Dinge. Wenn ihr es nicht selbst machen wollt, könnt, kommt vorbei. Machen wir auch gerne für euch. Ansonsten, wie immer, wir werden euch das nochmal alles an den Post anhängen, in Schriftform, damit ihr auch wirklich sicher seid, wenn ihr in den Urlaub reist. Das war es für heute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sogar mein Frau muss zum TÜ-Talus. Ich lass nirgendwo honest mehr TÜV mache, außer hier. Ja, das ist es für heute.